Grüezi miteinander und einen schönen guten Morgen. Der Morgen und das Morgen ist eigentlich die schönste Zeit des Tages. Alles ist ruhig und still. Man hat Zeit, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen und Zeit für einen ersten Kaffee. In Tat und Wart gesetzten meistens ein bisschen anders aus, mindestens bei mir. Der Wecker ruft irgendwann mitten in der Nacht. Die Kaffeemaschine hat meistens kein Wasser mehr, keine Bohne mehr. Und was hätte ich noch einkaufen müssen? Stimmt, Milch hat es halt dann auch nicht mehr. Der perfekte Morgen, so früh stückte Schweiz, dass die aktuelle Geschichte in der Coop-Zeitung alles zum Thema zu mögeln. Bei mir ist es so, ich bin dann irgendwann froh, wenn ich mal in Basel bin und im Büro bin und Zeit habe für einen ersten Kaffee. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche.